Ja, ihr Lieben, wer schön sein will, muss leiden. Das sagt Jessica Haller, Ex-Bachelorette. Also sie hat wohl die Bachelorette gespielt im Fernsehen. Sie sagte, ja, ihre Augenlid-OP, die ist relativ gut verlaufen. Da sieht man auch das Gesicht. Ist angeschwollen und sie hat auch gesagt, sie hat Panikattacken bekommen. Ihre Augen konnte sie kaum noch öffnen teilweise am Anfang, aber dann ging es irgendwann. Naja, würde ich nicht machen, aber ist egal. Ich bin auch so schön. Siehst du her, Jessica, du brauchst gar keine Augen-OP machen. Naja, und sie hat aber gesagt, die Fettabsaugungs-OPs früher, die waren absolut unnötig. Und sie sagt auch ihren Fans, 950.000 Followern, sagt sie, nicht Fans, sondern Follower. Also man kann das ja nicht so, sind ja auch einige dabei, die keine Fans sind und einfach nur kommentieren wollen oder irgendwas loswerden oder neugierig sind. Also ihren Followern, 950.000 auf Instagram. Ihr könnt mich, ihr könnt mich folgen, ja, folgt mir mal. Nee, ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen, Sören Schnabel, Musikproduzent. Vielen Dank. Ja, wie gesagt, 950.000 Follower hat sie und sie sagt, ihren Followern ist es absolut unnötig gewesen, diese Schönheits-OPs, die ich gemacht habe. Wie gesagt, 850.000 Followern für dieses Spielцаacklau inventiert. Und deswegen hat sieрах, tenha DVR wenn sie teilen. Hände nach unten. Und her ist forensic, Mama. Und wer bist auf deinem Tenen-Zだけ. Vielen Dank.